Ja hallo und herzlich willkommen meine Freunde. In diesem Raid of Customs bin ich diesmal mit Diablo und meiner M4 unterwegs, um die Quest Worst Job in the World zu erfüllen. Also 30 Gegner, egal ob Skaff oder PMC, mit einer Waffe der AR-15-Reihe auf 100 Meter zu erledigen. Da dieser Raid dann doch eher andere Überraschungen für uns bereithielt, vor allem auch zum Ende hin, seht ihr gleich. War auf jeden Fall ein klasse Raid, der auch zeigt, dass man in Tarkov nicht alles rushen muss, um PvP-Fights für sich zu entscheiden. Das war's aber auch schon mit dem Gebabbel von mir, meine Freunde. Lasst gerne einen Daumen oder Kommentar da, wäre euch sehr dankbar. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wo bist denn du, Atta? Scheiße, da ist wer! Fuck! Beim Durchgang! Mist! Ich versuche ein bisschen auszuweichen und wieder rumzukommen. Bei dem Durchgang, wo die Jacken sind, in dem Ding. Der hat mich gesehen, leider. Das heißt, der muss auch nicht alleine sein. Ne. Was ist da? Ich ziehe den Gang ab. Dich höre ich. Mhm. Ja, die können auch schon hinten weiter sein. Tötig. Ich würde sagen, lass es bis vorne zur Brücke jetzt schon mal gehen. Ja. Okay. Da vorne. Hat einen Hit auf jeden Fall. An dem umgekippten. Ja, ja, ja. Einen habe ich. Zieh mich am Arsch. Zieh zurück, wenn du kannst. Ich muss mich gerade verarzen. Waren es zwei oder war es einer? Einen habe ich jetzt gewusst gesehen. Einer hat mich beballert. Beide Beine weg. Also könnte es auch sein, dass er alleine war? Ja. War das der, den du vielleicht nicht gesehen hattest? Kann der sein gewesen sein. Ich habe nur die Konturen gesehen am Anfang. So, mein Dudel ist hier. Ach, das war eine SVD, die auf mich geschossen hat. Ja, der SVD. Ah, Level 58. Ja, Junge. Ja, das ist doch nicht so. Hallo. 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 Ich bin froh, dass du so einen erfahrenen Kamerad an deiner Seite hattest. SNB hat er dabei. Was war das gerade? Naja, weiß ich noch. Sei froh, dass du so einen erfahrenen... Ja, Veteran neben dir an deiner Seite hattest. Ich hätte ganz schnell ins Auge gehen können. Bist du schon vorne? Ja, ich bin vorne, ja. Was ist denn das für die Knister, Alter? Das ist Crackhouse. Crackhouse knistert sich jemand da mit der Pistol, glaube ich, gegenseitig weg. Bist du hier? Ja. Neben dem Dings, okay. Oh. Coffee, you. Geradezu, Sniper. Da läuft was. Oh, was ist da? Durch die Mauer. Ist gerade durch die Mauer gelaufen. Könnte ein Skeffi-Wesen sein. Da, er läuft zurück. Ist ein Skeff. Mit der Toss. Läuft von auf der Straße. Hinter dem Van. Und bleibt stehen. Der ist ja eher umgefallen, wie die Kugel ankam. Habe ich jetzt hier noch einen Skeff an der... Was ist das denn da? Das ist Müll. Scheiße, ich höre was her. Links. Ja, ja, ich weiß. Fuck, fuck. Das war ich gewesen. Bin ich schon durch, oder was? Ja. 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 Schießt einer auf uns von drüben. Sicher? Na ja, kann auch ein Skeffi-Wesen sein. Ich denke eher, dass es ein Granatenquerschläger war. Das hört sich auch so an. Ja, die werden jetzt durchlaufen. Ganz nach hinten wahrscheinlich. Denke ich auch. Wenn sie nicht den Fight suchen. Jesus, wenn ich nicht sie nicht überraschen, Hast du die hier gesehen, Jan? Bauen das Full Equipter oder? Einen habe ich auf jeden Fall gesehen. Ob der Full Equipter kann ich dir nicht sagen. Ich höre hier gar nicht. Pfff! Pff! Pfff! Das war's für heute. Ja, wenn ihr scheinen, sie weg zu sein. Nee, hier vorne am Strommast, guck mal den großen Strommast da vorne. Da lag er auf diesen Beton drauf. Ja, ich hab mich zu spät, die haben wirklich noch gekämmt, Alter. Ja, ja, genau da. Und ich liege halt auf der Straße. Ich weiß nicht, ob du mich sehen kannst. Nee, ich nicht. Du könntest abwarten, der müsste kommen dann. Der hat gerade ein Ding ins Gerufen. Hm. Ja. 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 Das Ding ist, hier kommt aber nichts. Es dauert eine Weile, leg dich einfach hin. Ich will mich da auf das nächste legen, aber da springe ich dann erst hin, wenn das Ding kommt. Und jetzt, während das gleich richtig laut ist. Das muss ich aber machen, wenn es abgeworfen wurde. Wenn er nämlich in die Richtung guckt, dann könnte er mich springen sehen. Aber wo soll der das abschmeißen? Du hast jetzt nicht geguckt, wo es runter kommt, ne? Doch, doch, das kommt hier. Oh doch, da. Da muss ich irgendwo im Busch hocken. Da ist er. Da ist ein Scaffer oder so? Ne, das ist weiter. Wo hängt er? Da. Ich sehe nicht, wo er hängt. Da. Da. Dann soll er mal stehen bleiben. Oh. Ich habe keine Energie. Ich muss mal schnell dahin. Ist hier noch einer? Wie war das? Oh. Es ist ein bisschen drittes Ding. Und ich weiß nicht, was ich denn habe. Ich versteh dich kaum gerade. Warum? Weiß ich nicht. Das war deine User-Questor, ne? Ja, und die M1, aus dem Busch genau. Ist das dein Helm? Kann sein. Kann auch sein. Wahrscheinlich das ist aber seine M4. Hihihi, scheiße. Oh mein Gott. Aufpassen. Ja, ja. Hat er das jetzt überlebt? Das sind sogar meine Max dritte. Die M1A-Dinger, ne? Ja, ja. Ja, ich glaube das ist auch der vor dir liegt. Ja. 6. Flexus und Flex. Wollte ihn noch trinken. Er hat, er hat mich glaube ich erst nicht gesehen. War ich mit dem hier durch? Ich weiß es nicht. Ne, jetzt habe ich irgendwas eingepackt. Will ich nicht einpacken. Schön, er ist runtergerollt. Das passt. Okay. Halt. Ja, den hatte ich ja schon. Ah. Sordines. Wunderschön. Der hier. Ach man, Level 5. Haha. 1 G-Phone. Brauchte man das nicht für irgendwas? Keine Ahnung. Hm. Aber ich muss mich gleich auf dem Weg machen hier. Ja, das bin ich da, aber ich denke ich werde schon gelötet sein. Oh. Ich habe keinen SJ6 mehr. Shit. Das wirst du wohl schaffen, oder? Ja, mit Trimadol auf jeden Fall. Achso, du musst zur anderen Seite rüber, oder was? Ich muss ja komplett rüber. Okay. Ich kann jetzt nur hoffen, dass vielleicht Dorms noch da ist. Aber dadurch, dass die hier rausgegangen sind. Na gut, okay. Level 5 und 6. Ja, jetzt siehst du. Da nehme ich einmal nicht 2, er ist ja 6 mit und da bräuchte ich einen zweiten. Ja, also schaffen werde ich das definitiv nicht, wenn Storms Auto nicht da ist. Dann schaffe ich es nicht. Ne. 6 Minuten gehen. Auf dem Tempo niemals. Ja. Lass es einfach da sein, bitte. Wäre mal eins nach Schachzug. Das Auto ist nicht da. Ne, ist da. Oh, geil. Heiliger, lieber Nikita im Himmel. Ich danke dir vielmals. Jetzt hast aber kein Geld mit. Doch, Geld habe ich dabei. Geld habe ich dabei. Geld habe ich dabei. Lass mich raus. Ich will hier raus. Die waren alle gemein zu uns. Die haben meinen Kumpel getötet. Und dann habe ich sie getötet. Das war eine schöne Abschlussrunde. Ich kann das sagen. Ja. Mein Englisch ist das sehr beste aus dem wooden Baum hier. Also. Jetzt kann ich ins Bett gehen und ein paar schöne Dinge trinken. Sehr schön, sehr schön. Eine schöne Runde. Zum Abschluss, meine Freunde. Jusek, Jusek, alles Juseks. Fünf Spieler getötet. Nette Runde. So kann man tatsächlich den Abend beenden. Haut rein, Leute.